Ich bin Ann-Kathrin Horstmann und ich freue mich Ihnen mein Buch Nimm dein Herz und geh los vorzustellen. Es ist ein Wanderführer für den eigenen Lebensweg, daher auch der Untertitel mit Mut und Sehnsucht durch das eigene Leben wandern. Mit meinem Buch möchte ich helfen, Antworten auf viele Fragen zu finden. Wie gehe ich mit Schwierigkeiten um, die wie Hindernisse meinen Lebensweg versperren? Was kann ich machen, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, wie an einer Wegkreuzung, wo ich mich für einen Weg entscheiden muss? Aber auch, wie kann ich Gott Danke sagen für seine gute und liebevolle Wegbegleitung? Wie mit ihm Gipfelerfahrungen feiern? Wie man sieht, benutze ich Metaphern aus dem Bereich des Gehens von Wegen, um unterschiedliche Lebenssituationen zu beschreiben. Mir ist dabei wichtig zu unterstützen, selber Antworten zu finden. Dafür besteht jedes Kapitel aus drei Elementen. Am Anfang führt ein Erzählgedicht an das Thema heran. Dann hilft ein kurzer Text, das Thema mehr zu durchdringen und zum Schluss lädt eine Übung zur inneren Arbeit und Gottesbegegnung ein. Diese Dreiteilung entspricht meinen drei unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen. Als Dichterin schreibe ich gerne Erzählgedichte, in denen ich mit Augenzwinkern von meinen Erkenntnissen erzähle und meinen Zuhörern neue Einsichten schenke. Meine Texte entsprechen meiner Tätigkeit als Referentin und Seminarleiterin. Mir ist es wichtig, fachlich und inspirierend Themen zu behandeln und dabei sehr ehrlich und auch persönlich zu sein. Aus meiner Beratungstätigkeit als christliche Lebensberaterin, Coach und Supervisorin kommen die abschließende Übung aus verschiedenen Therapieansätzen und Coaching sowie Supervisionsmethoden. Sie geben Anstöße, sich selber, um Gott neu zu begegnen und in dieser Begegnung verändert zu werden. Dieses Buch ist ein Andachtsbuch mit 24 Themen, in dem viel Lebenshilfe steckt. Und es ist ein Arbeitsbuch mit Platz für eigene Notizen. Ein Buch für alle, die sich danach sehnen, sich und ihr Leben besser zu verstehen und mutiger zu leben. Und die sich genauso danach sehnen, mehr Gott in ihrem Leben zu entdecken und zu begegnen. Mein Wunsch ist, dass es ein Buch ist, das man verändert wieder aus der Hand legt. Erstaunt und erfreut darüber, wie man gerade Gott begegnet ist.